So, wir sind wieder hier in Wind Waker, der letzte noch Zelda, also Wind Waker, und haben im letzten Part, nachdem wir überlegen müssen, warum wir überhaupt mit den Piraten gemeinsam eine Sache gemacht haben, wo immer die auch jetzt schon wieder stecken, keine Ahnung, wir sehen sie nicht. Ähm, und zwar haben sie uns hier auf diese Insel geschleudert, haben unser Schwert verloren, haben es dann aber nach langer Suche, naja, eigentlich nicht, lag ja auf dem Weg, aber haben es dann wieder gefunden und sind nun vor dem Raum, wo unsere Schwester gefangen gehalten wird. Und deshalb werden wir sie nun befreien. Es ist ruhig hier, es ist ziemlich ruhig. Da ist sie ja, unverletzt, ist doch schön, ah, wunderschön. Äh, was ist jetzt los? Oh, stimmt ja, den gibt's ja auch noch. Nettes Vögelchen, braves Vögelchen. Quatsch, voll mit Uhren dreien. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht aufgefressen. Wind Wurm. Verschleppt, toll. Alle, alle Arbeit, die wir hier reingesteckt haben, umsonst. Super. Äh, was ist denn da jetzt? Warum schmeißt der mich nicht einfach weg oder so? Äh, wer ist das? Boah, wie viele da hängen da? Äh, was zum Teufel? Wer oder was ist das? Weg. Scheiße. Super. Ich glaube mal, wir werden wohl nicht mehr lange leben, wenn das so weitergeht. Vielleicht sind wir ja jetzt auch schon tot. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sind wir wohl ziemlich weit geflogen. Warum immer ich? Jake, Jake. Wach auf, Jake. Äh, was ist denn los? Oh. Nochmal Augen zu. Komm zu dir, Jake. Was ist denn los? Oh. So hell. Oh. War das eine Nacht? Kann ich nur empfehlen. Bist du wieder bei Bewusstsein? Wer spricht denn da? Das Boot? Schwerer von Begriff als ich dachte. Ja, lach uns erst mal aus. Habe ich dich erschreckt? Auch in unserer weiten Welt ist ein sprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Ach ja. Genau genommen bin ich sogar das Einzige dieser Art. Wer würde da also nicht erschrecken? Ich bin der rote Leuenkönig. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin auf deiner Seite. Ach, das ist ja schon mal schön. Jake. Ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Version aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut. Aber. Das war zu unüberlegt. Du hast ihn doch auch... Du hast... Nochmal. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheilvollen Schatten, der den großen Vogel befähigt hat. Sein Name ist... Ganondorf. Ganondorf? Oh oh. Den gab es ja schon in Ocarina of Time. Und in vielen anderen Zelda-Teilen. Er hatte sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln. Bevor er schließt sich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende ist, es ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Übrigens, Jake, hast du immer noch ernst, dich vor deiner Schwester zu retten? Ja, natürlich. Und du würdest tatsächlich jegliches Unbild auf dich nehmen, sagst du? Ja, das würde ich tun. Verstehe. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Ganondorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezogen werden und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir. Ja, danke schön, dass du jetzt auch meine Größe herziehst. Finde ich echt nett von dir. Und mit den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazenreichen Queste erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Ja. Dann wollen wir so gleich das Segel setzen und aufs große, weite Meer hinausfahren. Da gibt's nur ein klitzekleines Problem. Was denn jetzt? Es ist mir ja wirklich sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Tja. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große, weite Meer. So viel verstehst du von Nautix sicherlich auch, mein Junge. Diese Insel, die weit östlich der verwunschenen Invasion liegt, ist der Umschlageplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkt vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwer fallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sache zu besorgen? Wird gemacht. Ich habe ja nun wieder langsam gewöhnt, um hin und her gescheucht zu werden. Und das wird ja auch später noch der Fall sein. Auf dieser Handelsinsel findet man die unterschiedlichsten Güter. Beschränke dich nicht nur auf das Segel, sondern rüste dich mit allem aus, was dir sonst noch nützlich erscheint. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landurlaub. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück. Cool. Finde ich cool. Oha. Joa. Dann gehen wir mal hier auf Entdeckungstour in Portemonnaie. Portemonnaie. Und ich kann schon mal sagen, diese Insel werden wir nicht zum letzten Mal sehen. Also wir werden hier noch häufiger gehen. Hier auf diese Insel. Schauen wir uns jetzt mal an, was in diesem Haus hier so abgeht. Gucken wir uns mal die ganzen Häuser an und ob ihr Händler sind. Hier sieht das schon mal her aus. Du hast Bomben. Will ich haben, gib mir mal ein paar Bomben. Du bist hier Bombennaden. Wenn du nicht umsinnen willst, mach das mit Hilfe von diesem komischen grauen Teil danach rechts. Okay. Bomben, 10.000 Rubine. Alter. Na, ich glaube wirklich nicht, dass du dir die von deinem Taschengeld kaufen kannst. 20.000. 20.000. Jetzt sagen wir aber bloß nicht, dass du dir das leisten kannst. Haha. Du willst es einfach nicht verstehen, oder? Dann kannst du dir das... Das kannst du dir nicht leisten, du Lümmel. Und jetzt verschwinde. Alter, was geht denn mit dir ab? Kinder gehören nicht zu meinen Kunden. Verschwinde und so schnell. Alter. Ich würde ja fast schon sagen, ich würde ja fast schon sagen, dass man den anzeigen sollte wegen Halsamtschneiderei. Und öffnen und direkter Beleidigung. Alter. Ich schwöre dir, wir werden uns noch sprechen, mein Freund. Der hat doch wohl nicht mehr alle. 10.000 Rubinen für eine Bombe. War das? Ach so, dieser Alter. Egal, es kreiert uns nicht. Bessen, das Darmstein. Tja, so war es wohl auch nicht. Was ich auch probiere, es stimmt einfach nicht. Öh. Oh, wie unhöflich von mir. Ich war so vertieft in meinen Tanz, da habe ich dich ganz übersehen, mein Lieber. Ich bin Tera Volta. Tera Volta. Tanz ist mir wichtiger als drei Mahlzeiten am Tag. Da setze ich klare Prioritäten. Und eines Tages werde ich ein Star sein. Aber genug geplaudert. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Weißt du, vor langer Zeit habe ich mal jemanden getroffen. Der konnte doch tatsächlich mit seinem magischen Tanz den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag machen. An den Tanz kann ich mich noch einigermaßen erinnern, aber der Rhythmus ist mir irgendwie entfallen. Sag mal mein Lieber, hast du vielleicht einen Rhythmus im Blut? Äh, nee. Komisch. Er ist dieser, er ist der Kranke mit seinen Preisen, jetzt der? Was erwartet uns denn hier noch? Oh Gott, also so langsam muss ich echt sagen. Hier sind komische Leute auf dieser Insel. Und, ich glaube, wir haben den nächsten Geist des Gestörten gefunden. Wer bist du denn? Äh, ja, ich weiß nicht, was der Aufzug soll. Uiuiui. Ein grünes Gewand. Wie meins? Dazu ein grüner Hut. Bist du etwa eine Fee? Uiuiui. Du hast bestimmt meine telepathische Botschaft empfangen und bist zu meiner Rettung gehalten, oder? 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 Du brauchst nichts zu sagen. Tingel weiß auch so Bescheid. Tingel weiß Bescheid. Mein Name ist Tingel. Mein größter Wunsch ist es, eine Fee zu werden und ich war die ganze Zeit über auf der Suche nach euch. Aber irgendwelchen Leuten habe ich wohl nicht gepasst und ich wurde in dieses Gefängnis hier gesteckt. So eine Respektlosigkeit. Herr Fee, du musst dich schnell befreien und zu deinem Volk bringen. Oh mein Gott. Womit habe ich das nur schon wieder verdient? Eigentlich möchte ich das ja nicht so gerne machen, aber wir machen es mal. So. Uiuiuiui. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Hier, das ist für dich. Ein Geschenk, das von Herzen kommt. Und Tingel, Tingel, Meer und Sand. Ein Item ist in meiner Hand. Naja, wenigstens gibt er uns was. Du hast den Tingel-Siever bekommen. Wenn du mal nicht weiter weißt, stelle eine Verbindung mit deinem Gameboy Advance her und frage Tingel um Rat. Lege ihn auf YZX und rufe Tingel, nachdem du den Gameboy Advance mit dem Nintendo Gamecube Gameboy Advance Kabel an einer der Kontrolleanschlussbuchsen 2-C angeschlossen hast. Damit können unsere Herzen immer zusammen sein, auch wenn wir räumlich furchtbar weit voneinander entfernt sind. Also dann, ich fahr Tingel nämlich erstmal, um alle nötigen Vorbereitungen zu treffen, ein Volk zu sehen. Warte so lange auf mich. Äh, was denn jetzt? Ups, hab ich doch gelernt, was Wichtiges vergessen. Herr Fee, du willst doch sicher mal zu meiner Insel kommen, oder? Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, ja. Du hast Tingels Karte erhalten. Was ist das wohl für eine Karte? Sobald du auf dem Meer bist, zieh sie dir mit Hilfe von dem anderen komischen grauen Ding nach oben an und mach dich schlau. Wirf mal einen Dick drauf, soweit du auf See bist. Wenn's um Karten geht, frag einfach den guten Tingel. Vergiss das nicht, okay? Wenn's um Karten geht. Alles klar? Ah, und ihr habt's ja schon gemerkt. Ein Wunsch, ihn nie mehr zu sehen, wird nicht erfüllt. So, holen wir uns nochmal diesen einen Rubin. Es waren fünf, aber wir können ja noch einen tragen. Haben 200 voll. So, und schieben mal hier das nach hinten und gehen hier mal durch. Und damit kann ich euch mal das Geheimnis verraten, warum Tingel eingesperrt ist. Es geht nämlich das Gerücht um, dass er etwas gestohlen hat. Und das, was er gestohlen hat, befindet sich hier. Warum er uns nämlich keinen Hinweis darauf gibt? Wer weiß das schon. Auf jeden Fall ist das ein sehr schönes Item. Also auf jeden Fall ein interessantes Item meiner Meinung nach. Welches auch Bedeutung für das letzte Day haben wird. Ich weiß, weil es ja in Wind Waker die Möglichkeit gibt, jede Spielfigur, sei es Gegner, sei es Personen, sei es Endbosse, sei es was auch immer, zu fotografieren und dafür eine Statue zu bekommen. Also eine Figur, die man sich aus diesen Fotos machen kann. Und dafür brauchen wir diese Fotobox, die Tingel gestohlen hat. Du hast die Fotobox gefunden. Benutze sie, indem du sie auf YZX legst. Du kannst bis zu drei Lichtbilder gleichzeitig auf die aufbewahren. Schalte mir die zu den Bildern und schaue dir sie an. So, und warum ich das erzähle? Ganz einfach, weil ich mir vorgenommen habe, alle diese Figuren zu sammeln. Ich weiß, das könnte vielleicht gegen Ende des Let's Plays, vielleicht ein bisschen langwierig werden, diese Suche. Und vor allen Dingen habe ich auch schon mal nachüberlegt, dass es mir nicht gelingen wird, im ersten Durchlauf alle Figuren direkt sammeln zu können. Und zwar vor allen Dingen zwei Fallen. Ne, es könnten sogar drei sein. Ich weiß es nicht genau. Ja doch, auf jeden Fall zwei Fallen. Ne doch, es sind sogar drei. Drei Dinger, die wir nicht direkt im ersten Durchlauf machen. Oder doch, auf jeden Fall zwei, weiß ich. Und zwar, unsere Schwester, weil, wenn sie nicht mehr sehen können, die kann man nämlich nur fotografieren, wenn man, also auf der Anfangsinsel, und den finalen Endboss, den ich noch nicht verraten werde, obwohl die Ehe ja schon weiß, aber denweilen wir ihn erst da sehen, und dann natürlich am Ende ist dann halt, kommen wir da nicht mehr hin. Ja, und deswegen haben wir nur die Wahl, das dann im zweiten Durchlauf zu machen. Aber da werde ich ja nicht mehr so viel machen. So, und da haben wir ein schönes Item von Tingle bekommen haben, wenn wir das mal ausprobieren. So, und da ich ja vorbereitet bin, werde ich mal dieses schicke Game Boy Advance GameCube Kabel, oder wie auch immer das heißt, anschließen, und werde mal eine Verbindung mit Tingle herstellen, weil ich das auch mal zeigen will. Natürlich kann ich den Bildschirm euch nicht zeigen, so technisch, auf solche technischen Möglichkeiten kann ich leider nicht zurückgreifen, aber wenigstens kann ich das hier machen. Und außerdem gehört das dann auch dazu, für die Figuren Sammlung, weil wir mit Hilfe von, ähm, so gehen, der Game Boy Advance Bildschirm, weil wir nämlich mit Hilfe dieses Tingle Severs noch andere goldene Statuen sammeln müssen, die uns einen weiteren Charakter freischalten. So, aktivieren wollen wir mal Tingle. Tingle rufen? Ja. Verbindungsaufbau. Und wie ich jetzt sehen kann, ihr nicht, aber ich kann es sehen. Äh, es geht los auf dem Game Boy Advance. Ein Verbindungsaufbau wird aufgebaut, und Tingle ist angekommen. Tingle ist auf deinem Game Boy Advance Bildschirm erschienen. Hallo? Äh, lass mich in Ruhe, du komisch, äh, wo drückt denn der Schuh? Oh, mein über altes geliebt und einzige Tochter Dolores wurde von diesen Ungeheuer der vorunten Bastion verschleppt. Keiner weiß, was die sich dabei denken. Sie durchstreifen die ganzen Lande und verschleppen lauter kleiner Mädchen, die noch ihre Milchzähne haben. Perfekt, Perfekt noch mal. Was wollen die nur von meiner Tochter? Geld ist bei mir ja, wirklich keins zu holen. Ich flehe dich an, bitte rette meine Tochter, ich flehe dich an. Zeige ich diesen verdammten Hallogen von der vorunten Bastion. Ja, das ist noch so ein komischer Alter, der was haben wir von uns. Na sowas, Herr Fee, hast du mich denn schon vermisst? Äh, nein. Siehst du Tingle's Gesicht zu deinen Füßen? Ja, das ist dieser komische grüne Cursor, den ihr da unter ihm seht. Dank dem Tingle-Ciever bin ich so immer bei dir. Übrigens, Herr Fee, ich will testen, ob du wirklich die richtige Fee für Tingle bist. Das müssen wir halt am Ende am Anfang da machen, aber untersuch als erstes mal die Gegend vor dem Briefkasten. Kein Problem. Untersuch das vor dem Briefkasten einfach mit dem A-Knopf. Und das hören wir, Achtung. Moment. Hier, jetzt reagiert er uns. Das meint er, an diesem Briefkasten. Ui, sehr gut, aber das war noch nicht alles. Hier im Portemonnaie gibt es drei Bänke. Wenn du in meiner Reihenfolge die Bänke findest, dann gratuliere ich. Unsere Bande werden dann noch stärker. Öffne es, glaube ich, eine Tür, weil dein Bemühen vergebens. Also geh als erstes zu der Bank, die von hier aus am nächsten ist. Und nicht weiter vergessen, lass Tingle zu deinen Füßen sein. Bereit? Und los. Ja, diese Störung, die er hat, überträgt er auch hier. Die erste Bank ist natürlich ganz simpel. Eigentlich sind alle drei Bänke auf unserem Weg, von daher ist das nicht so wild. Klasse, aber das war nur zum Warmwerden. Als nächstes geht es zu der Bank mit mehr, mit mehr Blick. Aber vorher rede ich mit ihm hier, mit dem Kollegen hier. Ich komme aus einem fernen Land, fernen und karten Land, wo die Eiswinde wehen. Mein Weg hat mich über das verwunschene Meer bis hierher nach Portemonnaie geführt. Musst verstehen, meine Sprache ist nicht so ganz gut. Unterwegs kredite ich in einen fürchterlichen Sturm und mein Boot wurde zerschmettert. Doch mysteriöse Weise blieb es dabei unversehrt. Und ich unschwer erkennen kann, bist du ein Reisender, nicht wahr? Dann willst du mir doch bestimmt meinen einzigen Scherz abkaufen, nicht wahr? Willst du es? Die Menschen in dieser Stadt wagen sich nicht aufs gefährliche Meer hinaus. Die haben gewiss nicht vor, es mir jemals abzukaufen. Ich bitte dich, ich will mich hier als Händler niederlassen und dazu brauche ich dringend Geld. Wir kriegen 80 Robine für dich. Klingt gut. Da danke ich dir aber recht herzlich. Ja, ja, 80 Robine, das ist die Rettung in der Not. Damit habe ich endlich ein Startkapital und starte durch ins Geschäftsleben. Hier, mein Freund, es soll jetzt dir gehören. Und er gibt uns das Segel. Lege so, es uns an X und Sätze, wenn du dich am Bord des Bootes befindest. Durch Drücken von A kannst du es wieder einholen. Ahoi. Du hast, da hast du aber einen wirklich guten Kauf getätigt. Glaub mir, mein Freund. Immerhin verdanke ich diesem Bootsiegel mein Leben. Da gibt es keinen Zweifel. Hoffentlich wird es dir auch so wertvolle Dinge erweisen. Vorher immer gerne Geschäfte zu machen. Und hier befindet sich schon die nächste Bank. Klasse, das war richtig. Aber die dritte Bank musst du selber finden. Ja, und die ist auch nicht schwer. Gehen wir einfach die Treppen hier hoch. Und dann ist schon hier die dritte Bank. Jawoll, klasse, ich darf gratulieren. In der Tat, du bist eine sehr schlaue Fee, die Dinge aufmerksam zuhört. Und na, dann findest du bestimmt den Rubin, den ich an diesem Platz irgendwo versteckt habe. Bewege den Kursor mit Steuerkreuz und finde ihn. Ich zeige euch mal eben, wo der ist. Wenn ich muss mal kurz gucken. Ich zeige euch mal, wie ich mit dem Kursor hier lang gehe. Achtung. Mal kurz selber mal gucken hier, wo das ist. Hier ist es. Ich gehe nochmal hin, damit ihr das sehen könnt. Hier, genau hier ist ein Rubin. Hui, du bist, du bist, da bist du ja. Also, ich habe noch einen letzten Wunsch an dich. Da ist zwar keine Rubin erschienen, aber ist ja egal. Bitte sehr viel getingelt, langjährigen Groll. Sei doch so gut und liefere eine Tinglebombe an dem Tür meines ehemaligen bösen Gefängnisses ab. Lass Tingle mit Ernst seinen Füßen erscheinen und drücke vor dem Gefängnis B. Und nicht B mit dem Schwert, sondern auf dem Gameboy Advance B. So, dann machen wir das noch nochmal. Und zwar genau hier. Ah ja, jetzt müssen wir hier dann mal Moment. Ich muss mal eben ein bisschen weggehen. So, ich will ja jetzt nicht die Bombe abkriegen. Und achtet mal jetzt auf den Rubinstand, wenn ich jetzt eine Bombe auswähle. Ja, das kostet Geld. Er ist einmal einfach jemand, der einfach nur Geld haben will. Ich bin ja so froh, du hast Tingles Wunsch wahr gemacht. Du bist wirklich eine echte Fee. Wahnsinn, ich könnte Luftsprünge machen, Herr Fee. Ab nun wird Tingles deine Wünsche mit dem Tingles Ziver erfüllen. Aber der telepathische Tingles Ziver hat noch andere Funktionen. Ließe das Handbuch aufmerksam und ruf mich wieder an. Mit Start wechselst du die E-Gems durch. Seit der Tingles Ziver war sehr leistungsstark, musst du aufpassen, nicht zu viel telepathische Energie zu verbrauchen. Benutze sie nicht, schalte ruhig dein Gameboy AdWans aus. Ruf mich doch das nächste Mal von Serus an. Bis dahin, mach's gut, lieber Herr Fee. Ja, wozu brauchen wir das? Keine Ahnung, aber er hat uns noch mal einen Krupp hier dagelassen, mit einem roten Rubin. Ist doch schön. ja, ein nutzloses E-CM, ich kann ja noch mal kurz gucken, man kann verschiedene Dinge machen, also man kann nicht nur Bomben legen, sondern auch Ziele markieren, für 5 Sekunden schweben, für 5, 10 Sekunden eine Schutzbarriere machen, die Uhrzeit sich sagen lassen, Tipps geben lassen, und einen Trank bekommen von Single. Aber eigentlich unnötig. Aber ich brauch's ja wegen den Statuen. So. So, dann werd ich jetzt noch mal mit dem Kollegen hier sprechen, weil er hier, na nun, aber das ist ja eine ganz formidable Box, die du da hast. Ich konnt natürlich nicht ahnen, dass du auch ein Lichtbildliebhaber bist. Unter Lichtbildhabern gibt es keine schlechten Menschen. Du bist in meinem Haus jederzeit willkommen, Freund. Ja, und ihm wurde Tingels, also Tingel hat von ihm die Fotobox geklaut. So, ich geh da noch mal hier kurz rein, die Bilder angucken, müssen wir machen, für später, für die Figurenmission. Oh, eine schöne Aufnahme, nicht wahr? Aber du brauchst dich nicht zu erschrecken, Freund. Blablabla. Dankeschön für die Erklärung, wir gehen weiter. So, ich würde sagen, wir haben alles, was wir brauchen, hier in Portemonnaie. Wir haben das Sägel, wir haben sogar noch einen Tegelziever bekommen, mehr oder weniger, nutzloses, nutzbringendes Item, und können uns nun wieder auf zu unserem Bötchen machen, zum roten Läuenkönig. Es gibt hier auch noch so eine Menge, was man hier machen kann. Hier gibt es noch einen Trankladen, und da gibt es noch eine Bar, und noch vieles mehr, und Schule, aber das ist jetzt erstmal unwichtig. Ja, dein Anliegen habe ich auch schon gehört. So, wir gehen hier hin, hier zu unserem Boot. Oh, du streilst ja, bist du über beide Ohren, hast du etwa das Ding gefunden? Sehr schön, dann will ich dir mal die Bootsteuerung beibringen. Nähere dich dem Boot von der Seite und drücke A an Bord, um an Bord des Bootes zu gehen. Wenn du das erhaltende Segel auf YZX legst und benutzt, wird es auf dem Boot gesetzt. Das Boot wird vom Wind im Segel angetrieben. Halte deswegen immer die Windanzeige gelber Pfeil hinter dem Boot im Auge. Manövriere das Boot mit Hilfe von einem komischen grauen Teil, so dass es immer Rückenwind hat. Möchtest du das Segel einholen und drücke A, probiere es ruhig auch mal, wenn du nur langsame Fahrt machen willst. Und konntest du mir folgen? Aber natürlich. Das einzige, was dir auf der weiten See als Navigations viel bedient, ist eine Seekarte. Ich habe einen Stil-Ord auf der Seekarte eingezeichnet. Solltest du dich auf hoher See verirren und nicht wissen, wo du bist, drücke der Karte. Gut, wärm Westwind, ideale Bedingungen also, um nach Osten zu segeln. Setze das Segel und los geht's. So, und ich würde sagen, dann könnt ihr euch schon auf den nächsten Bad freuen, weil dann geht's aufs große Weite Meer hinaus. Ja, und da würde ich sagen, bis zum nächsten Bad. Ciao.